Es gibt solche Tage, in denen ich das Spiel eigentlich gar nicht spielen möchte und wollen. Oh, hübsch. Hübsch. Aber das ist ein Weiß. Ah ja, wir hatten ja Winter in der letzten Episode. Ich habe euch extra so einen kleinen Cliffhanger hingepackt. Hasst mich dafür, aber Häschen. Todeshäschen. Ich würde sagen, Ellie ist alleine unterwegs am Jagen, oder? Weil Joel geht es nicht so gut. Ne, das wird es mit Sicherheit nicht. Das ist richtig. Oh, das allerdings schon. So müssen wir also als Ellie unterwegs und müssen jetzt einen Hirsch erlegen. Ja, das kann ja das werden. Na, gucken wir mal, dass wir hier... Ähm, wie jag ich den am besten? Mit feinem Bogen, klar. Und ich kann auch lauschen mit ihr. Ja, das ist da, da rennt er. Und dann eben ohne mein Pferd, Kallus hieß es ja, holen wir uns mal eine guten. Wir haben jetzt mehrere Theorien. Joel hat auf jeden Fall einen Stahlträger... Ach, Quatsch, Stahlträger sag ich schon. Na, so ein Blödsinn. Eine Stahlstange durch... Ja, ich würde sagen... Bauchgegend erwischt. Nicht direkt Bauchseite. Wenn er Glück hatte, keine inneren Organe verletzt. Aber sehr viel Blut verloren. Und wenn wir etwas Glück haben, es war ja... Uh, es knackst sogar, wenn ich über Äste laufe. Das ist nicht so gut beim Jagen. Ne, 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 ist zu weit weg, da treffe ich eh noch nichts. Und das war im Herbst. Jetzt ist die Frage... Wir haben Winter. Von Herbst zu Winter ist ja nicht lange. Ob er noch lebt. Ob ich mich hier alleine jetzt um durch die Gegend bewege. Weil das ist, glaube ich, genau so auch sein Bogen hier. Ob ich jage für uns beide. Oder für mich alleine. Die Logik dahinter, da ich einen Hasen mitgenommen habe und meinte, das wird nicht lange reichen. Und hier einen Hirsch jage. Zack, komm. Äh, ich wollte eigentlich den Kopf treffen, aber das ist zu klein. Ja, komm. Treffer. Oh ja. Das dauert natürlich ein bisschen. So ein Pfeil ist kein Gewehr. Ja. Ich denke auch, momentan von der Theorie dürfte er noch leben. Ich jage ja hier einen Hirsch. Da kommt eine Menge Fleisch bei rum. Und dementsprechend ist Joel vermutlich auch, wenn man mal ein bisschen bedenkt, storytechnisch sehr ähnlich an Serien angelehnt. Und dass man eben einen sogenannten Spannungsbogen formt. Der ist sehr gut gestartet worden, indem er sich verletzt hat. Der Hauptcharakter sozusagen. Der wird sicherlich noch leben. Vielleicht nicht so ganz leben im Sinne von durch die Gegend springen und frohlocken, sondern eher so in der Gegend rumhängen und sich nicht so wohlfühlen. Allerdings in einer Welt ohne Antibiotika, ohne Ärzte, bei so einer Wunde, ohne Operationsmöglichkeit. Bin mir echt mal gespannt, wie sie das gemacht haben. Also früher, und das ist ja jetzt eigentlich schon früher, wenn man es so sehen möchte. Wir sind ja eigentlich wieder in fast einem Steinzeitalter. Naja, nicht ganz. Noch ein bisschen hier an. Ist das auch so eine Sache mit der Überlebens- Geschichte? Gut, wir wissen, oh er humpelt schon ein bisschen. Das ist cool. Das treff ich aber auch noch nicht ganz. Langsam, langsam. Jetzt, das erwischen. Das erwischen. Komm, Controller. Mann. Links, ja. Yes. Oh Mann. Wie viele nehmen wir noch? Und dann noch zu Fuß hinterher. Durch den Schnee. Das ist ein gutes Training. Ist wie Sand. Du bist wie Sand. Blutspuren. Denen können wir gut folgen. Ich hoffe mal, dass es keine Wölfe jetzt angelockt werden, falls es hier schon wieder welche gibt in der Zone. Bin, glaube ich, in Colorado, wenn ich mich recht erinnere. Da gibt es bestimmt auch Wölfe. Und ich muss mal bedenken, wenn ich die nächsten Let's Plays an der Konsole mache. Das wird dann aber wahrscheinlich frühestens mit der PS4 passieren. Und ja, ich hole mir der PS4. Bin ja voll der PS4-Fan jetzt nach der ganzen Geschichte. So ist es schon zweimal. Dann werde ich den Ingame-Sound ein bisschen runterdrehen müssen beim Aufnehmen. Denn ich merke es immer wieder. Und ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass es dann doch ein bisschen dröhnt. Und denkt dann, wie immer, Däumchen nach oben. Wenn es euch gefällt, Däumchen runter. Wenn es euch nicht gefällt, ist vollkommen okay. und vielleicht euren Freunden davon erzählen, dass hier coole Let's Plays sind, dass hier coole Aktionen gemacht werden. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, das ist Eigenwerbung. Aber ganz ehrlich, warum auch nicht? Warum nicht für etwas, was man mag, auch mal ein kleines Däumchen geben? Gefällt mir auf jeden Fall dann auch. Und wenn ihr mal was zusammen machen wollt, sagt einfach Bescheid. Wir finden da schon irgendwann mal eine Möglichkeit zu. So, jetzt wo ist dieser blöde Hirsch? Ich werde noch zum Hirsch hier. Hm. Herunter. Das ist so schön. Die haben sich so viel Mühe gemacht bei diesem Spiel. Es ist unglaublich. Warum gibt es nicht mehr? Oh, Moment. Da gibt es einen Hinweis. Ah, schon wieder über den Aske treten. Dahinter ist er. Also hinter diesen Felsen. Gut, das Blut. Ah. Ist schon schön gemacht. Das sind sogar die Hufspuren im Schnee. Plus die Blutflecken. Ich glaube, die haben auch die Playser 3 hier doch ganz gut ausgereizt, was die technischen Aspekte angeht. Um einen guten, alten, Bekannten zu zitieren. Ja, das frage ich mich auch bei dem ganzen Blut, das er verloren hat. Da geht noch was. So. Um den Satz mal zu beenden. Aber da geht noch was. Da ist eine. Das ist ein Zaun. Warum sind wir hier im Zaun? Okay. Das bedeutet aber auch, dass wir hier bestimmt irgendwo noch ein bisschen mehr als nur Tiere haben. Da gehen wir mal lieber ein bisschen geduckt weiter. Auch sehr schön zu sehen an den Füßen. Der Schnee. Der mal aufgespült, kann man es schlecht sagen. Was sagt man mit Schnee? Wenn man läuft Schnee in den Haaren hat es auch. Was ist das Preis? Das kann ich nicht sagen, Ellie. Ich weiß nur, dass du jetzt vorsichtig gesteuert wirst. Damit mich hier nicht jetzt irgendwas plötzlich mal anfällt und platt macht. Falls ihr einen ganz kleinen Haker in der Aussprache gerade gehabt haben solltet, dann liegt das einfach daran, dass ich mal ganz dringend aus Klo musste. Also man muss das rausschneiden, was ich gesagt habe. Deswegen hört sich das eigentlich so krisch an. Oh nein, es ist überhaupt nicht unheimlich hier. Ich meine, du bist durch beschissene, blöde Großstädte gelaufen, wo jede meine Klicker waren und hast jetzt Angst vor so ein bisschen Holz mit kaputten Wänden. Seriously? Ich glaube nicht so. Was sind das da? Zettelchen? Nee, das ist auch wieder was zum Bandagieren. Gut, Bandagen kann ich also auch herstellen. Ein wenig was zum Sprengpulver bauen. Also sprich, nehmen... Oh, da haben wir noch eine Schere. Sehr schön. Und jetzt könnten wir auch mal gucken gerade. Nee, noch zu wenig. Ich bin also noch überhaupt nicht ausgerüstet. Jetzt mal eine Frage. Was hat sie mit dem ganzen Zeug gemacht? Joel war super ausgerüstet. Warum hat sie das ganze Zeug nicht mitgenommen? Warum hat sie nur einen Bogen? Warum kein Molotov-Cocktail, keine Rauchbomben, keine... Wie heißen die Dinger doch gleich wieder? Nagelfallen... Bomben... Bomben... Nagelfallen... Nagelfallen... Man weiß es nicht. Ähm... Langsam. Boah, es ist total offen hier. Ja. Alles klar. Da liegt er also. Aber wir gucken erstmal, da kommen wir nicht durch. Okay. Wenn ich rausgehe, das ist so offen, ich werde auch direkt über den Haufen geknallt. Aber ich spiele möchte, dass ich da hingehe, also gehe ich da hin. Katzin! Wer ist da? Wer ist da? Komm raus! Hallo? Wir wollen nur sprechen. Any sudden moves, dann habe ich einen zwischen deinen Augen. Ditto für Buddy Boy da oben da. Was willst du? Name ist David. Das hier ist mein Freund, James. Aber von einem größeren Grupten. Frauen, Kinder. Sie sind sehr, sehr, sehr hübsch. So am ich. Frauen und Kinder sind sehr, sehr hübsch. Well, maybe we could trade you for some of that meat there. Was du musst? Weapons, ammo, clothes... Medicine! Listen, you have any antibiotics? We do. Back at the camp. You're welcome to follow us back... I'm not following you anywhere. Buddy boy can go get it. He comes back with what I need. The deer is all yours. Anyone else shows up... You put one right between my eyes. That's right. Two bottles of the penicillin and a syringe. Make it fast. Go on. I'll take that rifle. Of course. Back up. It's probably going to be a while. You, uh, mind if we take some shelter from the cold? Bring him with us. There. You know, you really shouldn't be out here all on your own. I don't like company. I see. What's your name? Oh-oh, Clicker. You had another gun? Sorry. Hey, I really like my rifle back now. No, you have your pistol. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Oh, ich darf wieder steuern. No matter what, we have to keep them out. No shit, Sherlock. Okay, das ist eine ganze Menge an rechts und links, was ich verteidigen muss. Und ich kann das, was ich gerade erst erlebt habe, beziehungsweise aufgenommen habe, in meinem Kopf noch gar nicht richtig verarbeiten. Okay, der Kerl ist mit seinem Kumpel hier aufgetaucht. Sie haben mehrere Familien. Ach, da hinten noch was rein. Ich bin nicht aufgenommen. Ich bin echt auf dem Weg. Ich bin echt aufgetaucht. Raus, 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 die lassen Munition fallen, das ist schon mal gut zu wissen, komm, 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 ja, super, super, nochmal, ja, wird schon schief gehen, und hat seinen Typen losgeschickt, um Antibiotika oder irgendein Medizinszeug zu beholen, das heißt, Joel lebt auf jeden Fall noch, das ist schon mal gut gewesen, und, als er ihn weggegeben hat, aber noch eine Pistolenverstöcke hat, gut, kann ich ihn jetzt nicht irgendwie verdenken, muss sich ausschützen, und geht relativ samt mit ihr um, allerdings bin ich super paranoid geworden mittlerweile, was irgendwie für netten Menschen entgeht, nicht nur hinterher, sondern einfach was, ey, what the fuck, geh jetzt weg jetzt hier, ah, man, geht weg hier drauf, ich gehe gleich schnell drauf, das sehe ich schon, komm, das ist, ah, fucking hell, nachladen jetzt, schneller, 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 Ellie, und er schleimt sich, fühl mich einfach fix hier ein, ach, sehr schön, das haben wir die erste Phase erlebt, oh, someone, come on, 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 oh, come on, come on, come on, oh, come on, come on, come on, Juhuhuh, whatever, Glocke, okay, aber er hat nicht gewartet, hat er auch nicht gekommen, по-说-so- hypothesis sociedade, bei Nummer 30 occur nie ist er nur durch zwei Personen natürlich besser, als nur mit einer, das ist eine���este Glocke, zack, weg ist sie, kommt, direkt nachladen, gar nicht erst warten, Munition, ich brauche Munition, noch n bisschen, ist hier noch irgendwo was, gut, da ist er schon mal zuständig, Da ist noch... weiter 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 Ah da kommt noch mehr Und auch der hier auch Vielleicht folgen sie dich und dein Freund Ja stimmt... Wir stecken hier zusammen unter dir fest Deswegen werden wir auch zusammen hier sterben Wenn es so weiter geht Geht momentan ganz gut Dank Zielsuche So viel sollte man nicht sagen, wenn man gleich wieder nach oben schießt Au 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 Komm 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 Die Munition aufrufen Wett damit Klicker rechts Fuck Warte nachgeladen Alles klar der Klicker ist weg Ja sehr schön Die Munition ist schon mitgenommen Komm Wie viel kommen denn alle noch? Alter wie auch immer du heißt Achso genau Er hat nach meinen Namen gefragt Das ist bei solchen Spielen und auch bei Serien immer eine relativ normale Sache Um ein Bonding Also eine Verbindung zwischen zwei Menschen herzustellen Frauensbindung durch den Namen Mögt ihr nicht unbedingt glauben Ich bin verraten Ich bin verraten Abruf die Stücke So Ok Jetzt wird sie schon Noch kurz ein bisschen rein Das ist der Was soll sie für ein paar Sekunden aufhalten? Äh 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 Munition 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 Ja gleich Du weißt, wo du gehst? Du weißt, wo du gehst? Oh, großartig! Geh hier! Hier! Nach dir! Geh hier! Du musst mich nicht überraschen. Das wird den anderen nicht gefallen. Ja... Weiß ich, manchmal spürt man das so, also... Hey, Kind, bist du okay? Ich bin okay. Mehr Klickern! Geh hier! Ganz gut reden zu können da oben. Ich mach mir jetzt erstmal lieber Sorgen um mich selbst. Weißt ja, ihr könnt ja auch ein Bandit sein. Es muss ja kein netter Mensch sein, der einfach so irgendwie zufälligerweise mit seinem Kumpel da in der Gegend war. Sondern es könnte auch jemand sein, der zu diesen Bandern gehört. Oder zu mehreren Banden oder was auch immer. Traue niemanden, den du nicht kennst. Zack! Er ist da weg. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Oh nein! Scheiße! Ah, fuck von hinten. Okay, ja, alles klar. Nochmal. Wo kam denn der her? Jetzt mal, also seriously, dann halt ein Bogen, aber... Wo kam der her bitte? Ist er durchgekrabbelt durch diese kleine Öffnung? Irrelevant. Wir machen jetzt einfach erstmal den ganzen Engar aus mit feinem Bogen. Drei Stück sind da drüben. Ich nehme zuerst das Korn. Zack und weg, komm. Ich sollte allerdings versuchen... Ich sollte allerdings versuchen... zu treffen. Oh, beweg dich doch nicht immer so schnell. In dem Controller kann ich nicht so genau ziehen wie mit einem Maus. Ach, die halten ja mehr aus als einen Schuss. Es sind ja keine Menschen. Aber deswegen ist es leise. Ah, fuck. Jetzt gar nicht nachdenken. Oh, Headshot. Und? Naja. Komm. Ah. Fucking hell. Gotcha. So. Alle drei weg. Da steht noch einer. Der steht aber rum und macht nichts. Ist gut. Den kann ich zur Not auch einfach wegrotzen. Gucken wir mal, ob noch ein paar Pfeile übrig geblieben sind. Ja, lassen wir stehen. Er hört mich eh nicht. Da ist glaube ich ein Pfeil. Immerhin ein Pfeil. Yay. Juhu. Und da geht es runter. Und dann sind wir erstmal halbwegs schon in Sicherheit. Jetzt gucken wir uns um. Hier ist jedenfalls nichts in der Nähe. Ist eigentlich ideal, um sich jetzt noch ein bisschen zu orientieren. Gehen wir erstmal hier hoch. Gucken, dass wir nicht gleich weggefressen werden. Ja, genau. Ah, Glück gehabt. Der Typ ist um die Ecke. Hier bist du. Komm schon. Du bist hier. Okay, alles klar. Keine Viecher mehr hier in der Nähe. Sonst würde ich nicht rennen. Da ist noch Zeug zum Mitnehmen. Sie hat auf jeden Fall das Duel aufheben mit zwei Händen von Joel geernt. Ich muss dann gleich hier hoch. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle noch mal ein kleines Päuschen. Und gucken dann gleich mal weiter, bis es dann weiter geht. Mad Mike Drapioten and out. Shhh. Shhh. Okay.